Abprobate ich nicht, ne? Nein. Ähm, ich möchte gerne. Ach so. Was, der ist ausgewichen? Ganz hauft. Das haben wir schon mal nicht geschafft. Das haben wir geschafft. Was? Was? Knete! Ganz hauft. Ich habe jetzt eine Sache an den bekommen. Er oder sie hat einfach eine Verkehrsampel als Stab. Wow. Was? 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 Der Telefort-Effekt ist noch nicht bereit, super. Okay. Okay, wir müssen die alle erledigen, das heißt, am besten machen wir viele Finisher. Also nicht Finisher-Team-Moves, so rum. Wie komme ich auf Finisher? Egal. Was machst du? Ah, das können wir noch nicht. Pass auf, das können wir aber, wenn du machst Teamwork. Genau. Wie kann ich die... Nee, ich möchte kein Bug-Report schicken, danke. Ich möchte gerne die Runde beenden. Aber wenigstens können meine auch kontern. Hallo, Box-Monster. Und soft. Bis zum nächsten Mal. So machst du jetzt immer noch Teamwork Du machst weiter Teamwork Du machst Teamwork und jetzt greifst du an Oh Okay, okay Verstehe Verstehe Yay Wir haben Klebeband bekommen und Knete und Cotton, was war das nochmal? Bauen wir den Kanal Bauen wir den Kanal Nee, pack's drauf, ich garantiert nicht Das hier klingt sinnvoll Und das hier Ernsthaft? Wow Ich überlege Wenn ich jetzt Nintendo Rangers umbenenne, muss ich den Rest auch ändern, damit es passt Moment Gibt das? Ja, Transformation schaut, was mach ich da? Mekaname Odis Was? Passt auf Bei Mecher Das ist doof Ich würde es zu gerne Odis nennen, aber... Finishing Move Finishing Move, wie nenn ich das? Es gibt so viele vierte Fähigkeiten in Warframe, die passend wären, aber... Was? Halt auch als Team Move passt So So Was? Oofo Today Was passiert denn wenn... Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich das bezahle? Okay, was habe ich jetzt bekommen? Es hieß doch, ich habe jetzt... ich will doch jetzt irgendwas bekommen Ok, jetzt kommt das Kiste Okay, jetzt kommt das Kiste Ich bin auf die Beine Angelegen Da 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 So, sie kriegt auf jeden Fall mal einen Schwert. Und... So, sie kriegen das. Äh, Vulcan Story. Oh, warte. Keine Vulkaner, jetzt. Re-Searching. Ja, bestimmt. Ja, sexistische Klischees sollten wir schon vermeiden. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Was? Nein, ich habe gerade extra die Catchphrase geändert. Was? Das war's für heute. Ah, okay. Ich hab's. Oder? Hab ich's? Hab ich's? Hab ich's? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab's. Seid ihr bereit?